So, dann schauen wir mal, ob das funktioniert So, dann probieren wir es aus So, dann probieren wir es aus So, dann wird es nach oben und eine Hälfte Hälfte Starten Ah, ist wieder hoch Ah, dann geht es schon los So, dann wird es höher Vollgas Oh Jawohl Landen Versuchen wir zu landen Soll werden nach unten Und Touchdown Touchdown Funktioniert ganz cool Funktioniert ganz cool, muss man sagen Wieso ist das? Wie geht das? Wie das zusammengebaut wird Wir werden auf diesem Kanal In ein paar Wochen als Videoserie beobachten können Wer das schon ausprobieren will Der kommt am 4. und 5. November zu dem Tag der offenen Tür in der HTL St. Pölten Das empfehle ich sowieso Das empfehle ich sowieso jeder technisch Interessierten und natürlich auch jedem technisch Interessierten einmal da vorbeizuschauen Wir haben Wir haben 5 Abteilungen Elektronik und Technische Informatik Elektrotechnik Informatik Wirtschaftsingenieure Und natürlich Und natürlich mein Homebase Maschinenbau Also Schauen Sie vorbei 4. und 5. November 4. Nachmittag 5. Vormittag findet jeder genügend Zeit Keine Formel noch notwendig Es würde mich freuen wenn wir uns dort treffen Und da können wir das auch ausprobieren Gemeinsam Wiedersehen